Oh, hallo. Was kann ich für dich tun? Ja. Du suchst Schuhe. Ähm, gebraucht oder neue? Ja. Ja, wir haben größtenteils gebrauchte Schuhe. Also, da bist du hier genau richtig. Hast du denn schon eine Vorstellung oder noch gar nicht? Ja. Ich schaue mal kurz nach. Wir haben das alles immer in unserem Buch hier notiert. Also noch ganz oldschool. Hast du schon mal bei uns was gekauft? Ja. So, ähm, ich lege das mal zur Seite. Ähm, du suchst Nikes. Wie wär's denn mit den hier? Die sind, ja, wie gesagt, auch gebraucht, aber in einem ganz guten Zustand müsstest du halt nur ein bisschen putzen. Das sind Nike Frees in der Größe mit Größe 40. Du hast ja extra noch so einlagenbein, falls du dich für die entscheiden solltest. Also, die sind wirklich sehr, sehr leicht. Ja, ja. Und wie du siehst, auch sehr schlicht. Also, schwarz kann man ja fast mit allem kombinieren. Und, ähm, ja, zum Laufen sind die auch ganz gut. Also, sowohl Freizeitschuhe als auch Laufschuhe. Je nachdem. Ähm, die würden 15 Euro kosten. Also, für 15 kann ich dir die verkaufen. Überlegst du dir? Ja, klar. Kein Thema. Dann stelle ich die mal hier zur Seite. Ähm, als nächstes könnte ich, oder würde ich dir dann diese hier vorschlagen. Ähm, die sind auch sehr, sehr leicht. Also, die haben auch so eine, ähm, ja, so ein spezielles Abfederungs-Ding. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ähm, die sind von Adidas. Auch in der Größe 40. Ja, passt ja super. Ja, passt ja super. Hier sind so ein Olivgrün. Würde ich dir auch für 15 Euro verkaufen. Hier ist nun der Zweite. Mach das mal gerade wieder, ja. Mach da mal einen Schleif hier rein. Wie gefallen dir die? Ja. Okay. Okay. Du bist ja ein Nike-Fan. Ja, ist ja kein Problem. Ähm, ich hätte noch Nikes im Angebot. Das ist auch ein ganz, ganz altes Modell. Also, äh, ich kann dir die mal zeigen. Das wären diese. Die waren, Boah, wann waren die, äh, modern vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Das sind diese Lunalon Schuhe. Also, die sind auch super leicht. Ähm, ja, wie gesagt, auch gebraucht. Und, äh, und, äh, in so einem Lachs, in so einer Lachsfarbe. Die kosten auch nur 10. Ja. Also, ähm, wenn du mich fragst, würde ich sagen, dass, äh, die auf jeden Fall leichter sind als die, aber ich persönlich würde sagen, dass die bequemer sind. Dir ist es wichtig, wenn die Schuhe sehr leicht sind. Ja, ist ja okay. Ähm, dann würde ich dir tatsächlich die empfehlen. Ich stelle die mal kurz zur Seite. Brauchst du denn noch irgendwelche Schuhe? Winterschuhe? Ja, da haben wir jetzt letztens welche reinbekommen. ähm, und zwar Timbalancen. Die sind doch noch relativ neuwertig. Also kaum getragen. Die sind natürlich ultraschwer, also die sind nicht so leicht und, ähm, ja, halten dafür aber richtig gut warm. Also für den Winter sind die echt gut, ja. Ähm, preislich würde ich dir die für 40 verkaufen, weil die eben noch so neu sind. Und, ähm, ja, aber dafür ist das quasi eine einmalige Investition. Also du kriegst auch nicht schnell kaputt, oder so, die läufst du auch nicht schnell durch. Ich hab die selber und, ähm, ja, die halten auf jeden Fall ewig. das wäre der zweite dazu. Ähm, also in einer anderen Farbe hätten wir den Schuh auch leider nicht. Nur in diesem braun. An welchen Schuhen hast du denn Interesse? Möchtest du die denn haben, oder? Ja, kann ich verstehen. Also sind wirklich sehr, sehr schwer. Äh, aber, ja, wenn nicht, dann kommt es uns einfach nochmal in einem halben Jahr vorbei. Solche Schuhe kriegen wir immer wieder rein. Und, ähm, ja, zu dem Preis ist es ja eigentlich auch sehr fair, oder? Ja, okay, dann stehe ich die schon mal weg. So, was ist mit diesen Nikes? Zehn Euro für den Kosten. Ja, den möchtest du mitnehmen? Alles klar. gut, gut, dann, ähm, stehe ich die mal zur Seite. Was ist mit diesen Adidas-Schuhen? Also, ja, genau, die werden preislich bei 15. Ähm, ja, sind halt, äh, sehr bequem. bequem. Die nicht. Ja, okay, kein Thema. Dann stelle ich die auch mal weg. Und, ähm, mit diesen schlichten Nike-Frees. Die würdest du auch nehmen. Okay, ich mach dir gerade neu den Schuh hierzu. Ähm, also preislich wäre das dann zusammen bei 25 Euro. Wär das okay? Ja? Okay, super. Ähm, dann schreibe ich dir das gerade auch auf. Also, ich stelle die quasi im Quackkassenbau aus. Sonst ist das alles sehr, ähm, ja, alte Schule. So, was hattest du denn jetzt, ähm, für 15 Euro? Und die Nike Lunalon für 10 Euro. Ja, er gibt 25. 20 Euro. So, möchtest du barbezahlen? kannst du das Geld auch überweisen? Unsere, unsere Kontodaten stehen unten drauf. auf. So, dann gebe ich dir das mal mit. Bitte. Ja, also wenn du es in der nächsten Woche überweisen würdest, dann wäre das super. Und ich gebe dir die Schuhe mit. Bitte schön. Ja, und dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinen neuen, gebrauchten Schuhen. Alles klar. Ciao.